Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ich fahre jetzt zum Feldnummer 54 und sammle Stroh ein. Nebenbei wird gemäht auf Feldnummer 23 für Heu. Was denn heute noch tocklen soll und morgen. Morgen wird es dann mal gewendet. So, wir machen einen Flieger mal. Mal sehen, ob wir gut landen können. So, wir sind maximale Geschwindigkeit. Jo, hat geklappt. Und das klappt nicht. Gut. Cool, mag er nicht. Stroh ein Sammler heißt, die Problemballen aufheben. Sonst spendet der Abfahrer, also der Termine Presse nachher. Die würden keine Probleme bereiten. Aber halt die oben, ne? Das machen wir auch vorrangig. Das war schon fleißig. Schon zwei Reihen fast fertig. Jo, letzte Folge heute. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Der Tonausfall, beides. Wo man noch Licht, haben wir etwas leichteres. So, dann nehmen wir gleich die hinterher nehmen und dann gleich, wie gesagt, die Problemballen müssen weggeräumt werden. Also, die müssen weg. Die jetzt, nämlich macht das nicht Problemballen. Alle anderen kann er in aller Ruhe pressen. Da haben wir ja Zeit für andere Arbeiten. Auch satt vorbereiten. Feld Nummer 44 für morgen. Raps und die anderen beiden Felder kommen Gras rein. Das ist ganz wichtig. Der Moor beginnt der Herbst, ne? 6, ja, ne, 6. Ne, Samstag. Gut, allschönen Samstag. Hm, ich bin schon mal schon einen Tag soweit. Mein Fehler. Aber besser, 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 öfters als zu wenig, ne? Die dürfte Probleme gehen, die ist nicht zu pressen, ne? Aber der fährt ja in die Spur genauso lang, wenn Stroh da wäre. Von daher. Gut, die dürfte ja Probleme geben. Können wir gleich mal... Auch nehmen wir noch mit. Hier nehmen wir die anderen Ballen, ne? Da haben wir eine volle Fuhrfläche zum Hof. Ehe nix. Und da können wir ja in aller Ruhe, für halt nur mal Ruhe, da wo die Wiese hin soll, wieder ein bisschen nachflügen. Feld erstellen. 20 Tonnen. Ja. Mein Stroh ist ja an sich nicht so schwer, ne? Aber die Ballen sind gepresstet, das darf man nicht vergessen, ne? Kommt mal zusammen. Und Stroh ist nicht immer trockener, das muss man mal so sagen. Also hundertprozentig trockener sind das nicht. Fünf Ballen brauchen wir, die wollen wir noch klauen. Das soll sich auch lohnen, die Fahrt, ne? Die haben wir fast. Haben wir. So. L und N. Fett Action. Der Bauer der Karte. Grüße gehen raus. Bruder schaut hier sowieso nicht. Ich mein, gut. Mal dazu sagen, äh, die Zeit hat er nicht. Das ist, äh, kann ich verstehen. Neben der Folgen, die er macht, also macht er recht viele. Nicht nur LS, auch andere Folgen. Nicht alles mein Geschmack. Aber gut, das ist ja Geschmackssache allgemein. Und vor allem, wenn er jetzt beim Motten bei ist, äh, ob nun für die Karte oder äh, Produktion. Das kostet Zeit und, äh. Und da ist, kann er bei mir nicht gucken. Jetzt haben wir sechs Minuten, äh, das sowieso nicht, ne? Wenn nur ganz kurz. Aber, haha, glaub ich eh überhaupt nicht. Also, also, ich glaub nicht daran, dass er irgendwo schaut. Er wird, äh, hin und wieder mal, ja, bei den Großen, da war ich eh auch nicht. Da fielte mir Zeit. Ganz am Anfang hat er mal andere Karten gespielt. Da war es ja noch nicht so weit. Schon mal rein testen. Inspirieren, haben wir gesagt. Gut, das kann man machen, ne? Sollte man sogar auch. Also, man soll schon die Freiheit nehmen und sagen. So. Das dürfte Lager fast voll sein. Gehen wir mal kurz rüber zum. Äh. Da ist schon wieder hellgrün, aber gut. Ha, dafür kalt. Jetzt hängt der Ton. Haha. Also, ich hör das. Ich geh das mit. Jetzt haben wir 08. Na, die Folge schaffen wir noch. Dann mach ich ja Neustart von OBS Labs, ne? Mal sehen, ob ich hier jetzt noch Dünger drauf bringe oder Kalk. Ich überlege mir noch. Mach ich ja Sinn, wenn er verlangt, ne? Ich flüge ja nur das, was er flüge muss. Was ich, äh. Der Terraforming. Äh. Gelöscht habe als Feld. Wirst du auch mal hier die Felder zusammenlegen. In der Morn-Option, ne? Mit 44. Und das Fleckchen hier vorne kann man auch Feld machen. Und die Betonfläche auch. Ich brauch die nicht. Nicht so viel außerhalb. So, das muss ich nacharbeiten. So. Das muss ich nacharbeiten. Das muss ich nacharbeiten. Ne? Nicht gut, ne? Bei das Wort gesagt. Das extrem schräge hoch geht. So. Planieren. Wir holen die Sache einfach runter. Auf Ebene des Feldes. Und dann ist es gut. Das machen wir hier auch. Braucht keine schräge Aufwand haben. Bisschen höher holen, ist nicht ganz eben. So, Rest angleichen. So geht das schon. Dieser Feld erstellen müsste noch drin sein normalerweise. Leberfeld ist ein kleiner, dafür aber bei der Ernte haben wir Probleme, ne? Die Supergau werden dann nämlich hier immer, ja, die wird verstehen, wer es beim Dreschen. Oder beim Grasmechen oder so. Irgendwas ist mir ungünstig. Das könnte ich auch so einpflanzen. Da würde ich mir eignen. Und das sind die Mitglieder. Aber ich möchte ja das richtiges Feld haben. Und dann haben wir hier... Nichts weit rechts. fangen wir vorne wieder an ja auch 23 wird noch gemäht das ist die letzte arbeit die jetzt eigentlich ein Krustefahrer macht nee, zweite, Ballen werden noch gepresst wie gesagt, jetzt presst er aber jetzt nicht das Problemballen sondern die in der Mitte da ist es, da kann er an aller Uhr pressen da dürfte keine Meldung kommen einzig wenn die Fläche jetzt wo kein Stroh ist da hat er gar keine Ballen presst dafür fährt er ja halt mit 20 km oder Rüder das jetzt hier er hält er ja nicht an können wir gleich mit Kalk herfahren ich glaube nach Hopfen muss geflügt werden bin wir auch nicht ganz sicher, werden wir sehen aber wir haben ja einen großen Flug und einen großen Traktor da geht er ziemlich hier fliege ich ja nur wegen der Sterne hier hier der die wir dort wir período Die Ecke noch, dann waren wir fertig. Ja, das sind kleine Fleckchen, aber die müssen gemacht werden, sonst bei der Aussaat kommt da nichts rein. Bei Gras war das nicht ganz so tragisch, aber beim nächsten Mal Frucht war das blöd. Das war ein bisschen komisch, rüber stellen auf die anderen Seite und dann werden wir auch X stellen. Mittelstellung nach Hause, dann kann man da oben lang fahren. So. Ups. Ja, das sind kalt, die noch mal kalt. So, liebe Schauer, das soll's auch für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und tschau tschau. Morgen geht's weiter. Tschüss. 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 Tschüss.